Willkommen auf der Rennstrecke Ricardo Tormo in Valencia, wo heute der letzte Durchgang der diesjährigen Moto3-Saison startet. Wenn ich mich mal so an den Anfang der Saison erinnere, da war ich ja relativ weit hinten. Deshalb can't, ja genau, schön hinten einordnen. Nein, aber wieso kann der eigentlich so vorbeifahren? Also, oder halt schneller sein? Wir haben noch das gleiche Bike, beziehungsweise ich hab's ja ein bisschen hochgepimpt. Ja, vielleicht sogar auch. Aber vom Motor her haben wir ja das gleiche drin. Ja, jetzt hier, Alter! Fünf auf einem Fleck. Alle wollen hier erster sein. Alle wollen noch hier ein paar Punkte abstauben. Aber wie gesagt, die anderen sind mir eigentlich egal. Quartaro, Navarro, Oliveira, die können eigentlich wirklich alle vor mir sein. Hauptsache, dass der Kent nicht vor mir ist. Also, ich kann auch gerne vorletzter sein. Habe ich echt kein Problem mit in dem Rennen. Nur, dass der Kent letztter dann ist. Wobei, letzter wäre dann eigentlich auch egal. Wenn ich jetzt vorletzter bin oder, oder sagen wir so, wenn ich letzter bin und der Kent vorletzter, dann kriegt er ja auch keine Punkte. Somit wäre ich immer noch Platz 1. Es geht hier nur alleine um den Kent. Um mehr geht es hier schon mal gar nicht. Und ein paar Striche hier auf den Boden zu bringen. Aber es sieht gerade nicht so gut aus. Hier ist voll die Gruppe da vorne. Oh, hallo? Alter! Okay. Es sieht nicht gut aus. Leute, Leute. Was war das gerade? Aber so viel Zeit habe ich gar nicht verloren. Oh, Kent 2. Ich bin 5. Alter! Der ist ganz schön weit weg. Was machen die denn da? Kuscheln! Jetzt heißt es einmal... Oh, ne, Sekunde. Es heißt einmal Konzentration. Konzentration! Hallo? Jetzt habe ich schon wieder zwei Plätze verloren. Wollt ihr mich... Ehrlich! Ich fahre auch schon. Habt ihr meinen halben Handstand gesehen? Oh, Mann, oh, Mann. Fuzzi, was machst du? Du versaust dir hier deine eigene Saison. Ich meine, okay, Anfang und Zweiter sein. Saison versauen, ja. Kann man jetzt auch nicht so richtig sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh, nee. Verhält sich das Motorrad auch gerade so ein bisschen komisch. Muss mal wieder ein bisschen in die Linie reinkommen. So, jetzt kommt hier Konzentration. Wir haben ja eh noch vier Runden. Da ist noch alles offen. Obwohl sie schon ein bisschen weit weg sind, gell? Ist natürlich so ein bisschen das Gefährliche daran. Come on, come on, come on, come on. Ja, schön aufgeholt. Aber schlecht daraus beschleinigt. Verdammt. So, alter. Was macht denn der hier? Voll so weggeschossen. Platz 9 gecrasht. Der ist jetzt vor uns nicht so wichtig. Obwohl, Platz 9 eigentlich doch relativ nah dran ist. Ich war gerade noch Platz 7. Das war... Da war zwei Plätze hinten mehr. Also da war eigentlich einer zwischendrin, kann man sagen. Den könnte ich theoretisch hier sehen, wenn er nicht hingeflogen wäre. So, eine Position gut gemacht. Noch drei Runden. Wir sind bei der Hälfte. Ja, nicht ganz bei der Hälfte. Aber auf dem Weg zur Hälfte. Da, einer hat sich abgelöst da vorne. Von dem Vierer-Paket. Aber es ist leider nicht canned. Canned ist... Oh je. Ganz vorne. Konzentration bitte. Ich will's mir nicht versauen. Wieso fragen ich an zu singen? Dann werde ich schneller. Ihr Bitches. So sieht's aus. Soll ich weiter singen? Ich weiß, ich kann sehr schön singen. Aber mir fällt gerade auch gar kein Lied ein. Das ist das Problem. Das ist euer Glück. Sagen wir es so rum. Und ja. Achtung. Oh, Kuffel, 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 Kuffel. Canned, wo bist du? Ich seh ihn auch gerade gar nicht. Wo ist er? Auf welcher Position? Wird mich interessieren. Oh, da ist ein hingefetzt. Wer war's? Olivera, Platz 3. Aber wieso hat's ihn hingehauen? Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Weil, ich glaub, der Olli war ja gar nicht gerade so in dem Kampf drin. Hier. Der war, glaub doch... War das nicht der, wo es ein bisschen weit weg ist von der Gruppe? Und dann hat's ihn trotzdem hingehauen. Der wollte halt auch ein bisschen aufholen. Und dann hat er zu viel riskiert. Hier, Olli, auf Platz 8. Ja, okay, geht noch eigentlich. Wobei Platz 8 halt auch schon ein bisschen bitter ist. Das war aber fast vier Runden lang auf Platz 3 oder so. Und jetzt ist er halt schlagartig auf Platz 8 gekommen. Für uns aber gut. Wir arbeiten uns ran. Wobei die immer gleich weit weg sind. Ich hab jetzt hier ein paar überholt. Aber die hier sind irgendwie trotzdem noch gleich weit weg. Das war ein bisschen blöd. Ein bisschen mehr konzentrieren. War ein kleiner Leichtsinsfehler. Ich erkenne, glaub ich, der rechte. Das sieht man auf die Entfernung nicht sogar. Oh, ich krieg sogar grad direkt hinter mir. Ah, da fast zwei Sekunden sind es. Die Qualifying waren es unter 200 still, was der Kent hatte. Da bräuchte ich ja hochgerechnet theoretisch knapp 10 Runden. Zum Einholen. Oh je, Alter. Wo soll ich die zwei Sekunden herholen? Okay, es waren eigentlich 1,7. Jetzt sind es 1,6. Ich find schon... Oh! Hallo! Jetzt aber. Jetzt macht das mir aber leicht. Obwohl es selbst machen, wo der Kent hingeflogen ist, bin ich auch noch ganz schön schlecht geworden. Jetzt macht das mir leicht. Jetzt macht das mir wirklich leicht, hey. Was ist denn los mit euch? Alle fliegen hin. Gibt's doch gar nicht. Kent Platz 5. Okay, das ist eigentlich relativ gut noch. Also von Platz 2 auf 5 durch den Sturz. Siehe Olli, der ist weiter nach hinten geflogen. Da kann ich ehrlich nichts sagen. Also in echt ist es natürlich, glaub ich, nicht realistisch. Ich meine, den haut hin. Okay, er kann weiterfahren, wenn er jetzt nicht verletzt ist und so. Wobei verletzt gibt's, glaub ich, im Spiel wohl nicht. Aber dann zum Motorrad hinrennen, aufheben, weiterfahren. Und das Ganze von Platz 2 auf 5. Das sind, ja, das sind nur ein paar Sekunden. Ist eigentlich nicht so ganz realistisch, aber egal. Aber guck mal, den Quartaro, den kriegen wir auch noch. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich den jetzt überhole, müsste ich rein rechnerisch den Kent ohne Sturz auch bekommen haben. Und dann kann ich auch gedroht sagen, ich hab, ja, eigentlich gut gewonnen. Theoretisch eigentlich auch ohne den Sturz vom Kent. Und ich kann nicht mal was dafür. Aber dazu soll ich halt auch natürlich Platz 1 sein. Ja, ich hab ja auch richtig schön eigentlich hingearbeitet. Was war das Wochenende? Noch 1,6. Jetzt hier, ja, unter 600 still. Also hab ich mich da auch schön rangearbeitet. Oh, der Reifen gerade. Das ist das Problem in der Kurve. Man kann gar nicht richtig anfangen zu bremsen. Ohne, dass man in der Schräglage ist. Ist so ein bisschen gefährlich, weil er dann relativ schnell das Rad anfängt zu blockieren. So, Washer. Kent. Oh. Ups, 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 ups. Ich hab zu viel geguckt. Ah, der ist sogar Platz 6. Und mal ein bisschen verschlechtert. Komm, ich will den Quartaro noch haben. Aber so hab ich gerade vor. Das glaubt nix. So, was haben wir jetzt? Der hat da 1,1. Das stimmt jetzt aber auch nicht. Das war... Jetzt bin ich mir da ein bisschen näher rangekommen. Obwohl, doch, könnte schon passen. Wäre noch ein bisschen doof, ey. Meine Sekunde ist ein bisschen viel. Was hat er? 800 Schlimmer. Ja, come on. Und ich weiß halt auch nicht genau, wo ich anders fahren soll oder besser fahren soll oder schneller, damit ich an den auch ran... Ja, hier zum Beispiel. Aber jetzt komme ich halt hier ein bisschen weiter raus. Kann schlechter rausbeschleunigen und dann, ja, hat es mir gar nichts gebracht. Im Gegenteil. Er ist noch weiter weg. So, komm, 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 komm. Letzte Kurve. Weißt du, irgendwas riskieren? Come on. Ah, nein, 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 nein. Okay. Falsch rausbeschleunigt. Aber ich meine, selbst wenn ich die Kurve perfekt gefahren wäre, ich hätte es, glaube ich, nicht geschafft. Aber, ja, es reicht aus. Wir gönnen, sag ich mal, Quartaro den Sieg. Aber insgesamt... Wir werden also gleich auch optisch die Sieger auf dem Podest am Parkverwehr begrüßen. Aber hier sind zunächst einmal die Resultate. Ja, insgesamt gewinnen wir aber. So, wir schauen einmal auf die Tabelle. Zehn Punkte Vorsprung. 354 insgesamt. So, ja, ähm... Hersteller ist das eigentlich, finde ich, gar nicht so interessant. Ich meine, da haben wir genug Vorsprung. So, in dem 18. Rennen der Meisterschaft wird Thomas Fuzzi Weltmeister. Yes! Aber eigentlich auch wirklich schön spannend und knapp, muss man sagen. Also, ist es nicht so, dass ich nach dem 10. Rennen sag, wow, das wird voll einfach. Sondern bis zum Ende hin, bis ins letzte Rennen, war es nicht sicher, wer es wird. Und das fand ich eigentlich ganz cool. So. Kein Levelaufstieg dafür. Oh, alter Meisterschaft. Erste Position gibt einige Fans. Und fett, 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 fett. Haste mal auf zu zählen jetzt. Äh, Fett Credits. Sehr schön. Damit wir uns auch natürlich dann in der MotoGP ein Motorrad leisten können. Definitiv ein guter Tag für ihn, denn er hat nicht nur 20 wichtige WM-Punkte, sondern auch die Erkenntnis gewonnen, dass noch bessere Platzierungen möglich sind. Ja, und die Erkenntnis gewonnen, dass du ein Depp bist, wer ich bin, Weltmeister, du Volltrottel. Ja, und somit noch herzlich willkommen zu der Test-Session in Valencia. Ähm, ich sammle noch ein paar Datenpacks, bevor wir in die MotoGP reingehen. Ich mache auch nichts mehr an meinem Motorrad. Sechste Kammer. Nochmal drei können wir dazu bekommen. Und dann können wir erst mal auch fett das neue Motorrad pimpen. So, 1,41. Ich weiß, ich hatte im Qualifying 1,41 irgendwas. Relativ niedrig war das, glaube ich. Also ich glaube, ich hatte sogar im Qualifying ein bisschen besser wie die Zeit jetzt. Aber, ich muss dazu sagen, ich meine, also ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, welche Zeit ich hatte, aber ich meine, dass es relativ knapp werden kann. Wenn ich jetzt vergleiche mit dem Qualifying. Wobei, im Qualifying bin ich ja auch nur eigentlich eine Runde gefahren oder zwei. Also ich habe auch nicht probiert groß noch was zu verbessern. Bin ich nur eine Runde gefahren oder habe ich noch eine zweite gemacht? Nee, ich glaube, ich habe mich einmal verbessert und dann gleich in die Boxengasse rein oder nach vorne gespult. Das heißt, an sich, ja, könnte es, ich weiß nicht, wie es wird. Schauen wir einfach mal. Vielleicht schaffen wir es nach einer Runde, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, die Zeit an sich ist gar nicht mal so schlecht. Was hat man im Rennen oder so? Ein paar Mal stand ja was mit Streckenrekord dran, jetzt nicht unbedingt mit mir, aber auch mit anderen Fahrern. Aber ich weiß es gerade gar nicht, äh, wie das für eine Zeit her ist. Also was da war oder was die Zeiten waren, kann ich leider gar nicht gerade sagen. Deshalb Vorausschätzung eher blöd. Eigentlich vorausschätzen. Wir schauen einfach mal. jetzt habe ich mal gespannt, eine halbe Minute habe ich noch vor die Runde. Ich weiß nicht, ob das da noch reichen wird. Ja, die Kurve weiß ich auch nicht genau, ob ich die mal fahren soll. Die fahre ich jedes Mal anders und jedes Mal immer noch beschissener irgendwie, habe ich das Gefühl. So, die sind mal eigentlich schön gefahren. Aber ob das reicht, da vorne ist die Ziellinie. Ah, ich glaube, oh, oh, es hat gereicht. Okay. Aber knapp. Man muss diesmal sagen, es war schon relativ knapp. Es war auf einmal ein bisschen einfach, weil es nur eine Runde war, aber, ja, einen Ticken irgendwo anders gefahren, ein bisschen schlechter und dann hätte ich die Zeit wohl nicht mal geschafft.